Habt ihr was mit Musik zu tun an sich? Bruder, du hast doch noch... Du sagst doch schon in den Aufnahmen immer, dass unsere Rakes in zweit sind. Ja, Bruder, ja, aber... Ist schon ein bisschen mies. Ich bin der Highest im Club. Ich stelle mir noch ein Glas, der sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Alright, man. Let's do the intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch. Ich hab Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Yo, 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 yo. Was geht ab, alles? Do the intro, man. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video. Auf meinem motherfucking-Zweitkanal an der Stelle. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich hab gerade ein Video für den zweiten Kanal ready gemacht. Abonniert diesen Kanal auch auf jeden Fall. Hier werden auf jeden Fall... Also ich versuche so täglich Videos rauszuhauen, wenn nicht alle zwei Tage. Also abonniert auf jeden Fall diesen Channel. Und zwar hab ich gerade ein Video ready gemacht und dann war ich auf YouTube bisschen am stöbern. Und dann hab ich gesehen, dass irgendwas bei Icon4 passiert ist. Und die Jungs aus der Jury da ein Statement zu abgegeben haben. Und ich hab mir gedacht, wir ziehen uns das Statement jetzt mal rein und gucken mal, was da los war. Ich hab das selber gar nicht mitbekommen. Und mich interessiert das persönlich, weil wir ja auch auf die letzten Folgen immer reagiert haben und ich das eigentlich ein richtig geiles Format finde. Interessiert mich... Interessiert mich auch, was da los ist. Also gehen wir einfach mal rein in das Video und gucken, was die beiden Brays da erzählen. Let's go. Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar ist heute, wie der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon mitbekommen hat, bei Icon etwas passiert. Wir waren da eingeladen heute wieder, um eine neue Folge zu drehen. Und es sind ein paar unverschämte Sachen wirklich gesagt worden zu uns. Im Videodreh auch noch, während wir im Dreh waren. Ich war erst mal geschockt, muss ich sagen. Du auch. Ja, normal. Und wir sind wirklich an die Decke gegangen. Also wir sind wirklich ausgerastet, muss man wirklich sagen. Wer hat denn da was gesagt gehabt? Bro, ein Rapper oder was? Wegen deren Bewertungen oder was war? Und das war wirklich zu viel heute. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt die letzten Wochen so los ist, Digga. Vor allem, das ist jetzt schon das zweite Statement hier auf dem Kanal, jetzt innerhalb von einer Woche, Leute. Ich hatte mit wirklich sehr, sehr vielen Leuten Stress hinter den Kulissen letzte Woche. Genau, wo ich weg war, ist so viel passiert. Voilà. Also, genau unpassend weg gewesen. Ich glaube, ich bin drei Jahre älter geworden letzte Woche gefühlt einfach. Ich schwöre, ich habe mir gerade gedacht, wie alt sind die Jungs eigentlich? Ich kenne die Jungs halt auch wirklich erst seit dieser Icon-Geschichte. Oh, shit, man, Alter. Das ist einfach eine riesen Libelle bei mir in der Wohnung. Digga, die fliegen hier einfach rein, wenn die Tür auf ist, weil es brutal heiß ist heute. Digga, das ist so ein Kaventsmann, na, Mann. Auf jeden Fall bin ich auf die aufmerksam geworden, weil ich mir eine Reaction reingezogen habe, wo die zusammen mit Manuelsen auf Icon reagiert haben. So bin ich auf Icon aufmerksam geworden und auch auf die beiden Dudes so. Ich habe wenig Background-Informationen, was die beiden Brays angeht. Ich denke mal, der ein oder andere wird schon auf TikTok einen Clip gesehen haben oder vielleicht in meiner Instagram-Story oder bei Mate, wenn die irgendwas gepostet haben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir heute mitten im Dreh waren von der Folge 13, 14, irgendwie so. Ich glaube, 12 oder 13 war das. 12 auf jeden Fall. Und als wir dann bei der Bewertung von Kali waren, hat sich quasi aus dem Background dann Colin eingemischt und gesagt, ey, Jungs, was gibt ihr denn da für Punkte und dies und das und Ananas? Und ich denke mir, ey, Bruder, wofür hast du uns hier überhaupt hingesetzt, wenn du dich jetzt ein bisschen... Colin ist dieser eine eigentlich sehr sympathische Dude, der am Anfang immer die Ansage macht, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? ...kamera, ja. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon auf TikTok den Clip gesehen und ich dachte mir, es ist vielleicht wichtig, damit jeder von euch wirklich nachvollziehen kann, worüber wir hier sprechen, anstatt dass wir euch jetzt alles die ganze Zeit erklären, Theorie, Theorie, Theorie. Gehen wir einfach in diesen TikTok-Clip rein. Ich zeige euch, was da passiert ist, was da gesagt wurde. Dann können wir uns auch besser rechtfertigen. Ganz genau. Aber ich muss dazu sagen, ich wusste nicht mal in diesem Moment, als wir streiten, dass ein TikTok oder dass ein Clip aufgenommen wird, ja? Das ist sehr, sehr eilig. Das macht man nicht. Guck mal, streiten hin oder her, ne? Wir sind alle älter, lecker. Der Linke ist on fire, bro. Wir schreien die ganze Zeit. Das hier Meinungsverschiedenheiten hin oder her, ne? Aber Bruder, man will nicht, während man streitet und tut das dann noch auf eine Plattform, damit man Dinge, Klicks generiert. Ich guck zehn Minuten später ist das Ding auf TikTok, ja? Zehn Minuten nach dem Streit. Habt ihr darauf gewartet, oder was? Das ist die neue Generation, Bruder, Herzdiggi. Da musst du dich dran gewöhnen. So läuft das halt, bro. Internet ist... Ja. Was ich meine, das fand ich nicht korrekt auf jeden Fall, dass das auf TikTok direkt gelandet ist. Egal, schauen wir jetzt einfach mal rein. Geben mal Kommentare, ne? Das ist ein gutes... Das ist ein guter Punkt, ne? Wie jetzt, Digga? Habt ihr das jetzt rausgeschnitten, oder was? Bro. Ich wollte es auch sehen. Okay, warte mal. Ich guck mal, ob ich ganz kurz den Clip auch finde. Hier. Willst du sagen, bei Kalli das schlecht ist, Bruder? Bruder, der weiß, ich hab das nicht gesagt. Ja, aber was gibt die denn für Punkte, Bruder? Ja, Bruder, sag ich nicht. Ja, Bruder, sag ich nicht. Wie, Bruder, sag ich nicht. Bruder, du hast von Anfang an muss ich jetzt das ausbaden? Ja, aber alter, guck mal, jetzt. Was ergeben? Bruder, die Kommis sagen alles. Jetzt warte mal, willst du mich jetzt verarschen? Ja, aber alter, guck mal, lass mal ganz kurz, lass mal ganz kurz, lass mal ganz kurz wieder... Sorry, wenn ich das sagen muss, aber ihr reaktet ja eigentlich so auf... Oder was? Ja, ist ja so. Ihr reaktet ja eigentlich nicht so krass auf... Habt ihr was mit Musik zu tun an sich? Bruder, du hast doch noch... Du sagst doch vor den Aufnahmen immer, dass unsere Reactions... Ja, Bruder, ja, aber... Bruder, das ist... Also, keine Ahnung, ich sag's, ich bin ehrlich so, ich bin einfach... Bruder, ich bin noch nicht zufrieden, so wie das die ganze Zeit... Ich sitz die ganze Zeit hier hinter und ich... Keine Ahnung, Bruder. Ja, wie? Bruder, dann geht's doch hier hin, oder? Ja, Bruder, warte. Ja, Digga, das find ich jetzt aber auch ein bisschen... Guck mal, das Ding ist, die Jungs wurden ja... So wie ich das mitbekommen hab, wurden die Jungs ja eingeladen zu dem Format, weil die allgemeinen Reactions machen auf YouTube, so, wurden die eingeladen, dass die auch live quasi auf die Künstler reagieren und deren Meinung dazu abliefern, so. Und jetzt irgendwie nach ein paar Folgen sitzen dann die Jungs da und sagen so, ja, ihr habt ja eigentlich gar nichts mit Musik zu tun und so und eure Reactions sind ja eigentlich auch Ding, so Hand aufs Herz. Ist schon ein bisschen mies, weißt du, was ich meine, so? So, auch wenn die vielleicht recht haben, dass die musikalisch vielleicht nicht so einen Plan haben, dann sollen die sich halt Leute suchen, die musikalisch mehr einen Plan haben und da hinsetzen. Aber wenn ihr die Breis eingeladen habt, so, dann lasst auch deren ehrliche Meinung und deren ehrliches Feedback einfach so stehen, auch wenn es euch nicht gefällt, weil es ja nicht eure Meinung. Dann hat der eine schon recht gehabt, dann setzt euch selber hin und macht Meinungen. Oder sucht euch andere Leute für die Jury. So, weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen Ding, Mann, Bruder. Finde ich, also würde ich mich auch nicht gut beifühlen, weißt du, wie ich meine? Oh, jetzt geht's um Musik und Erfolg. Das hat jetzt eh keinen Sinn hier gerade. Ich schwöre, wir können uns die ganze Gegenseite anschreien, das macht, das ist gar keinen Sinn. Der hat immer sehr sympathisch gewirkt in den Intros, wie so ein ganz lieber kleiner Junge. Jetzt kommt das andere Gesicht raus an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Und so machen wir auch nicht hier, Bruder, weil uns, Alter, ich schwöre, wir hatten noch nie so einen Stress. Bruder, das gibt's nicht hier. Bruder, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? Nie war's. Komm, Bruder. Ja, Bro, Digi, weiß ich nicht, Mann. Wenn ihr unzufrieden seid mit den Meinungen von euren Leuten, die ihr euch in die Jury reingeholt habt, so, dann macht es unter euch aus, weißt du, was ich meine? Also, das finde ich nicht korrekt, sag ich dir ehrlich. Die Kommentare haben sich so entwickelt, ne, die Jury hat von, guck mal, schon bei Icon 3 war ein Skandal, mit hier mit Kohli und Kasak und sonst wo, ne, da war schon ein Skandal. Und bei Icon 4 ging das schon weiter mit dieser dummen und schlechten Bewertung. So, und Bruder, da sind Leute in der Tabelle ganz oben in dieser ersten Spalte 1 bis 15 oder so, keine Ahnung, wie die Spalte aufgebaut sind, wo Künstler eigentlich nicht mal drin sein dürfen. Sollten. Oder sollten. Ja. Oder, und normal müssen wir dann hingehen, ne, und irgendwelche Künstler besser bewerten, damit die doch logischerweise hochholen. Weil, wenn wir die, keine Ahnung, wenn wir den jetzt, wie viele sagen, keiner verdient 30 Punkte, ist in meinen Augen genauso. Genau so, weil, keiner, keiner verdient 30 Punkte, ne. Aber wenn du jetzt da hingehst und den normal so... Das Ding ist auch generell, wie oft haben wir das schon mitbekommen, dass irgendwelche Formate auch zum Beispiel, wo Leute halt sitzen und auf Songs reagieren, dass es da immer wieder Stress gibt, weil irgendwelche Egos dann nicht zufrieden sind mit den Bewertungen und Leute sich beleidigt fühlen oder nicht richtig wertgeschätzt fühlen und so. Musik ist halt auch eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr persönliche Nummer so, wo man sich sehr angreifbar macht und dann auch eventuell empfindlich auf Feedbacks reagiert so. Ähm, wird immer schwer sein, glaube ich, solche Formate. Aber nichtsdestotrotz, ich sage, wenn ihr euch Leute in die Jury reinholt und sagt, ihr bewertet jetzt hier in unserer Jury, dann lasst die Leute noch deren Meinung und deren Feedback, so wie die sich das vorstellen. Und wenn die Community damit nicht einverstanden ist oder ihr als Format-Maker nicht damit einverstanden seid, dann bequatscht es hinter der Kamera, sucht euch neue Jury und macht dann auf cool weiter so. Das ist voll der... Das ist ein bisschen unnötig. Ich weiß jetzt auch nicht die Situation, wie das entstanden ist, wen die wie bewertet haben, warum dann die Jungs ein bisschen lauter geworden sind oder sich gestritten haben so. Die Situation weiß ich nicht ganz genau, aber wirkt mir jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwie so... Weißt du, was ich meine? Muss jetzt keinen Stress geben wegen sowas, Digga. 15 Punkte gibts, ne, was einem so angemessen ist bei jedem Künstler, ne? Bruder, da sind die raus. Ja. So. So. Und dann kommt der hin und dann sagt er sowas und meint irgendwas wie... Bruder. Ja, ne. Wolla, wir versuchen eure Sache auszubügeln und du schließt dich mit den Kommentaren jetzt gegen uns, oder? Was ist dein Ziel? Wolla, ich hab's nicht verstanden, ja? So. Wolla, wir nehmen schon... Wir wussten, dass wir Hate bekommen... Oder was heißt Hate? Es ist keine Hate-Welle so, aber wir wussten, dass wir Kritik bekommen werden, negative Kommentare, dies und das. Und keiner kann mir sagen, dass er das geil findet, irgendwie in der Öffentlichkeit Hate zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und wir haben gesagt, Halas, wir wissen, dass wir das bekommen. Wir helfen euch trotzdem. Wir helfen euch trotzdem. Bis zu dieser Top 30 bewerten wir weiter so. Und nehmen diesen ganzen Hate auf uns. Halas. Und dann so. Bruder, das Ding ist, wir haben nie gesagt, dass wir Rapper sind. Dass wir am Mike krass sind. Dass wir Beat-Produzent sein Vater sind. Dass wir lyrische Monster sind. So, dass wir Luke, Rye und Judy erschaffen haben oder sonst was. Bruder, sowas haben wir nie gesagt, Alter. Wolla. Wir machen von Anfang an, seit Tag 1 machen wir hier unsere Reactions. Alhamdulillah. Einige Zuschauer gibt es, die uns feiern, die uns gut finden, die uns gucken. Ich küss eure Herzen. Danke dafür. Und für die machen wir das. Bruder, das Ding ist, wir haben uns nie hingesetzt und eine auf besser, besser getan. Wir haben einfach immer nur unsere Meinung gesagt. Feiern wir, feiern wir nicht. Das war's. So, und das ist auch deren Recht. Ich sehe die Jungs da voll im Recht auch. Weißt du, was ich meine? Das ist deren Recht. Die müssen jetzt nicht krasse Musiker sein oder Produzenten sein. Die können ja ihre eigene Meinung abgeben und sich dann so eine Community aufbauen, die deren Meinung feiert. Weißt du, was ich meine? Die müssen sich ja nicht biegen und brechen und jetzt einen auf krassen Produzenten machen. Oder ja, weißt du, was ich meine? Generell muss ich natürlich dazu sagen, so, wäre es auch geil, wenn Leute in solchen Juries drin sitzen, wenn es um Rap geht, wenn es um Musik geht und Bewerten geht, die auch selber einen musikalischen Background haben, so. Weißt du, fände ich persönlich geiler. Dachte ich mir auch so bei den ersten Folgen-Icon, die ich mir reingezogen habe. Aber, ähm, das ist mein persönlicher Geschmack und das fände ich ein bisschen cooler, so. Was, aber das heißt ja nicht, dass die Jungs jetzt was falsch gemacht haben. Die wurden ja eingeladen. Die haben Bock darauf gehabt und haben dann ihr Ding gemacht, so. Ich werfe, den kann man noch nichts vorwerfen, Bruder. Musik, ich mache. Junge, wen juckt das? Bruder, wen juckt das? Ich mache keine Musik, er auch nicht. Und? Bruder, messen wir uns jetzt hier mit, ich mache Musik oder nicht? Ist doch scheißegal, Bruder. Als wenn er Platin-Platten zu Hause hätte oder sonst was. Platin-Rapper über Nacht geworden, Bruder. Ja, Mann. Das war auf jeden Fall der TikTok-Clip. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mehr oder weniger mitbekommen, was da so passiert ist. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe dieses Icon 4 Ding, habe ich echt gefühlt. Ich habe das mit sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gerne darüber gefahren. Man ist immer 40, 50 Minuten gefahren, so. Das ist Zeit. Das ist ein Weg. Und in dieser Zeit könnte ich auch was anderes machen. Und für meinen eigenen Kanal gucken, was ich mache. Wir müssen auch gucken, dass wir für uns was drehen. Aber ich dachte mir, wir haben Spaß. Es kommt gut an bei den Leuten. Wir reagieren sowieso auf das Ding. Wir feiern das Ding. Wir machen damit. Cool. Weißt du, was ich meine? Aber Bruder, auf einmal heute. Es ist so schnell eskaliert von der einen auf die andere Sekunde. Nee, das war schon irgendwie die ganze Zeit. So, keine Ahnung. Sandro hat auch zwischen den Aufnahmen die ganze Zeit so Sachen von mir wiederholt. So zum Beispiel Highlight, Highlight. Ich weiß, ich habe das in deiner Folge sehr oft gesagt. Alles gut. Aber Bruder, das Ding ist, du nimmst da manchmal drei, vier Folgen auf. Und normal ist dein Kopf dann irgendwann Matsche. Bruder, und dann macht er die ganze Zeit so Grimassen, wo ich meine Punktevergabe gegeben habe. Bruder, muss ich sein. Ja, der war heute wirklich die ganze Folge schon irgendwie so voll, keine Ahnung, auf Triggern hinaus. Aber ich habe das nicht so ernst genommen bis zu diesem Moment. Ich dachte auch, das ist halt so ein bisschen Spaß. Das macht man immer so dieses Förtchen. Ja, ich dachte auch so. Ich habe das auf Spaß genommen, Digga. Aber Bruder, ich habe keine Ahnung, wo jetzt plötzlich so diese 90-Grad-Drehung bei den Jungs kommt. Vor allem, dass Colin sich auch einmischt. Wahrscheinlich auch schon länger so ein bisschen. Wahrscheinlich haben die schon ein bisschen gequatscht und haben gesagt, ey, die Jungs, wie die bewerten und so irgendwie, Digga, so, weißt du. Und dann kam es zu einem Punkt, wo die dann einfach das dann rausgelassen haben, weißt du. Hat sich wahrscheinlich auch angestaut. So fühlt sich das für mich an. Das gehört sich auch nicht. Entweder du sitzt vor der Kamera oder hinter der Kamera. Und das bleibt dann auch dabei. Ja, so. So, weißt du. Der holt uns da hin, damit wir bewerten und sagt dann ja, ihr gebt ihm zu wenig Punkte und bla, bla, bla. Ich finde das nicht gut. Dann, Bruder, warum hast du uns dann da hingeholt? Bleibt doch da sitzen. Bruder, und das ist das Interessanteste, wie es dazu kam. So denke ich auch. Wir haben am Ende einen Kali bewertet. Der ist jetzt bei Icon 4 wieder dabei. Und das Ganze ist bei dem natürlich eskaliert. Am Ende hatten wir ihm Punkte gegeben. Und für Colin war das viel zu wenig. Und das Ding ist, ein Kali war in der Quali-Runde für Icon 4 nicht so stark wie bei Icon 3. Und das wissen die Leute auch selber. Ein Colin hat aber dafür gesorgt, dass ein Kali dabei ist. So, und dann müssen wir den irgendwie noch bewerten, obwohl wir den eigentlich mal bewerten müssen, logischerweise. Wenn ihr das checkt, wie ich das meine. Und dann ist es noch zu wenig, Bruder. Ja, ne, wir bewerten erstmal auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht gerecht ist. Und dann ist es noch falsch. Ja, Wallah, Wallah, ich bin auch voll, keine Ahnung, Digga, scheiß drauf, Wallah. Das macht man nicht. Bruder, das Ding ist, ohne Spannung, guck mal, ich sag nur so, 30 Punkte war Max, ne, und wir haben den. Voll traurig, wenn so ein Format jetzt kaputt geht, wegen so einer Kinderkacke, weißt du, was ich meine, so. Voll traurig, weil das war ein geiles Format für junge Leute, die einfach Talent haben, um zu zeigen, was die können. Wenn nicht, machen wir Rap It In Man weiter, meine lieben Freunde. Ich küsse euer Herz, hab ich eh Bock mal wieder. Ausrechend gut bewertet. So, dass der in die Top 30 eigentlich kommt, Bruder. Und dann sagt der noch, nein, nicht zu wenig, Bruder, sollen wir denen jetzt eine Karte geben? Bruder, was willst du denn? Bruder, Wallah, soll ich denen jetzt den ganzen Label-Vertrag klar machen, Bruder, was soll ich machen? Ich bitte dich. Also so oder so, ich weiß nicht, wir brauchen dazu, glaube ich, nicht mehr viel sagen, ich wollte eigentlich sowieso gar kein Statement machen, ich wollte nichts dazu sagen eigentlich, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich hab auf TikTok plötzlich diesen Clip gesehen, ich gucke, ich bekomme hunderte von DMs auf Instagram, Digga. Ey, TikTok ist online, ey, TikTok ist online, wir kriegen die Links zugeschickt. Bruder, man streitet sich, alles gut, wir hätten nichts gesagt, wir hätten vielleicht telefoniert morgen, übermorgen, da wäre die Sache zu. So, mach doch nicht sinnlos groß, ja, aber postet ihr das überhaupt, ja? Also, ich muss sagen, es ist, ich find das nicht schlimm, dass irgendwas gepostet ist. Dieses Fitnermachen im Internet, das ist sowieso so eine Sache, die, alter, Digga, das spitzt sich zu und es spitzt sich immer mehr zu, dass nur wegen Leuten, die über irgendwas berichten, der Streit erst richtig eskaliert. Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die mir gerade im Hinterkopf so einfallen. Nur weil Leute so geil darauf sind, das irgendwo zu posten und die anderen das dann reposten und so, dann kommen die Egos meistens erst hoch, wenn die sehen, wie viele Leute darauf reagieren und wie viele Reichweiten sowas kriegt und so. So, man, Digga, besser hinter der Cam einfach telefonieren, Bro, war scheiße, ja, Bro, war scheiße, aber Format ist geil, ja, Format ist geil, lass weiter durchziehen, komm, wir ziehen weiter durch, so. Weil ich was Falsches gesagt hab, nein, ganz im Gegenteil, Digga, ich find das einfach nur Ayip, weil ihr macht das Thema so groß, dass man's danach nicht mehr klären kann. Warum stellt ihr das direkt ins Internet, ja? Unnützig, unnützig, respektlos, finden wir schade, wir haben eigentlich schon mal 100% gegeben. So, ja. Und wir müssen so nicht mit uns reden lassen, Wallah, wir sind nicht irgendwelche Keks oder irgendwelche Ottos oder sonst wer, Digga, wir müssen nicht mit uns so reden lassen und uns klein machen lassen, vor allem nicht in einem Video, Bruder. Wallah, Billah, das war das Ayipste, was ich gesehen hab. Safe. Wer hat das eigentlich aufgenommen? Das ist auch so eine Sache, da steht einfach einer hinten dran, die streiten sich und einer nimmt das auf, ist auch schon sehr Ayip. Auf jeden Fall nicht. Sorry, auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen wütend waren heute, Freunde, aber wir sind ein bisschen aus der Haut gefahren, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wir sind ja auch direkt da von hier angekommen, aus Klappbach direkt hier hingesetzt, Bruder, normal, wir müssen das erstmal selber verarbeiten. Ja, und man muss sagen, wir haben bisher auch nicht in so einer Situation gesteckt. Oh, leid, ich hab nicht mal gegessen, Junge, das kommt auch noch. Ich auch nicht. Ich hoffe, das war wirklich das erste und letzte Mal sowas, dass sowas passiert ist, Freunde, und es war auf jeden Fall auch das letzte Mal, dass ihr uns bei Aiken gesehen habt. Keine Ahnung, wie gesagt, ob die Folge noch rauskommt oder was auch immer, isst mir auch eigentlich Latte jetzt inzwischen. Sollen die machen, was sie wollen, und das war's auf jeden Fall von diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Digi, lasst euch auf jeden Fall davon nicht unterkriegen, Jungs, Alter. Ich kenne sowas selber, wenn man so ein bisschen untergebuttert wird und das Gefühl hat, dass man nicht richtig respektiert wird, so für das, was man tut. Aber, Digi, ich denke schon, dass ihr auf jeden Fall dazu beigetragen habt. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich auch auf das Format aufmerksam geworden bin, übermanuell sind, aber trotzdem wart ihr auch ein Teil davon. Deswegen lasst euch von so einem Scheiß nicht unterkriegen. Macht ein eigenes Ding, wo ihr auf Newcomer reagiert oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Digga, schreibt mir eine DM, wir können auch zusammen irgendwas starten. Ich küss euer Herz. Ist echt schade, wenn das Ding jetzt kaputt gehen würde, wäre das echt traurig, Mann, sag ich ehrlich. Schreibt eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare rein, Fellas. Hört ihr diese Libelle, die will einfach nicht gehen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare rein, wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Be unique, dabei ist alles. Peace the fuck out.